Jetzt vielleicht, er trifft den Fock, also das wollte er so sicher nicht, er trifft ins eigene Tor. Und jetzt die Chance. Latte aber die Chance erledigt, Nastasic, der Kopfball ist drin, das könnte die Chance werden. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Bremser mal den Volo, das sieht gut aus. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Burgstaller, und jetzt die Chance. Genki Alaguchi.